Und deswegen, wenn du jemand bist, der sich auf Ramadan freut und der sich auch vornimmt, sich in Ramadan zu ändern, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das sollte man sehen und das Gute und das Positive sollte man sehen und mitnehmen und nicht über diese Leute urteilen und sagen, ja, außerhalb von Ramadan seid ihr so und ihr Ramadan seid ihr so. Nein, zieh diese Leute mit, hilf diese Leute. Aber wir reden hier gerade um den Nutzen der Dauer, um den Nutzen bei den Menschen. Was bringt es, wenn du diesen Menschen jetzt fertig machst, diesen Bruder oder diese Schwester fertig machst und sie runter machst und sagst, du bist nichts und du schaffst es nicht und du kannst nichts und du bist ein Heuchler oder dies oder das. Das ist doch nicht der Sinn der Sache, meine lieben Geschwister. Und deswegen, wenn du ehrlich und aufrichtig mit Allah subhanahu wa ta'ala bist, dann lass die Menschen reden und sagen, was die wollen. Und an die anderen Geschwister, seid barmherzig zu unseren Geschwistern, hilf diesen Geschwistern, versuch diese Menschen zu retten. Der Sinn ist nicht, jemanden abzustempeln oder jemanden über jemanden zu urteilen und zu sagen, ja, du bist weg, du bist da. Das ist nicht der Sinn der Sache, meine lieben Geschwister. Wir wollen alle gemeinsam die Gnade Allahs, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wir wollen seine Belohnung, wir wollen das Paradies, wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vor seiner Strafe, vor der Hölle rettet. Und wie gesagt, in diesem Monat, vor allem in diesem Monat, Allahs Gnade und Barmherzigkeit so groß, dass er jede Nacht seine Diener, Diener bestimmt, die er vor seiner Hölle und vor seiner Strafe rettet.